was geht leute mein name lautet willkommen zu einem neuen video von mir und diesmal ein erneutes sniper live commentary weil ich dir zeigen will wie man wirklich snipet gut wir haben hier gerade ein lobby gefunden und ich werde mit der mit der usr sniper zocken um die gegner mal richtig einzuheizen ganz genau gefällt euch das wenn ich das tue ja gefällt euch das auch ja ich weiß was euch gefällt okay heute gehen wir mal richtig gas alter ich werde die zerstöckeln übrigens willst du einen keks haben also ich habe hier so ein willst du keinen keks nein echt nicht ich bitte die nein okay gut okay okay weißt du was wir machen das so willst du einen keks haben du sagst jetzt in drei sekunden ja oder nein drei zwei nein okay schade egal kein dinge ist nicht so schlimm bleibt mehr für mich natürlich ich liebe diesen screen das ist der beste screen ever besser screen ohne scheiß kein bestes screen auf der erde gibt keinen der dauert so lange alter ich könnte mir dieses bild den ganzen tag ansehen und als das nicht schon genug wer kommt noch der beste count ever 405 jahre nur 15 sekunden warten und wir lasst uns die bühne locken hier muss liegen ein bisschen und dinge ein bisschen einheizen obwohl es diese map eigentlich schon warm genug ist flachwitz nicht witzig kein ding den haben wir kleiner camper so da höre ich auch schon den nächsten wo ist der da ist jemand jemand ist hier zu 100 prozent ich habe meine empfälligkeit hochgestellt das war ein ziemlicher fehl aber das ist gar nicht so schlimm denn ich habe das mit absicht getan habe sie mit die mit absicht getan so ja das habe ich auch mit absicht getan man kann ich ja was sagt von gesichtet ist abkundig in pokémon all das schwede nichts das hinter mir ist leute das kann nicht wahr sein alter ja den habe ich auch weg geholt ganz easy locker block ich möchte eigentlich konflik wo ist der nächste der account werden will hallo er kommt hier hoch aber das 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 lanene das was ich du halt das lasse ich nicht zu ich werde es nicht noch mal versuchen zu shooten das solltet ihr nie machen alter das ist nur verschwendung da kommt auch noch jemand der läuft hier runter was habe ich gesagt man hört einfach alles man hört sogar den penis alter wieder rumschwingen oh hitmarker ne oder den muss ich zweimal shooten ims nicht schlecht gut jetzt haben wir auch ne setcom ne ims es bringt nur noch ne bitch alter mann 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 ich sollte nicht zu sehr weiter das wort ist damit ihn passiert tut mir fast zu leid aber auch nur fast wir haben verlieren gerade scheiße ich will unbedingt gewinnen haben wir weggeholt ganz easy locker flock ich möchte eigentlich konflik den habe ich dann nicht mehr weg holen können ich setze mal meine empfindlichkeit ist ein bisschen zu low würde ich das schon behaupten ok wenn ich ins haus gehe dann nehme ich immer secondary los was anderes lohnt sich oder kommt ne hast du dieses teil alter what the fuck macht der da alter feindliches abkommen gesichtet ist das dein ernst junger ist das dein ernst kleiner camper alter na 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 komm zurück ach wo ist der denn jetzt der kann bestimmt hier raus ja den haben wir easy geholt easy kill für mich oh 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 digga hä wieso kommt er nicht hier rein er hat doch genau den schuss gesehen oder nicht die warfache ist wie kann man den nicht gesehen haben den schuss wo sind die gegner nein 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 habe ich den geholt alter ganz easy ganz easy leute äh habe ich doch gesagt ich bin am anfang nur mit absicht gestorben damit ich den jener ein bisschen vorsprung lassen kann damit ich nicht mal 30 zu 0 gewinne weil es mir langweilig wird alter ey das kann nicht wahr sein ich hasse den marker so abspultiv haha wie das aussieht der ist runtergeflogen er mag fliegen sei frei mein junger sei frei ja die ganze nicht die helft weißt du was ich will dir nicht auf weil ich kein bock habe wieder 30 zu 0 zu gewinnen ich werde ein bisschen schlechter abschneiden irgendwie das nervt mich immer so gut abzuschneiden deswegen ja ich werde definitiv bisschen schlechter abschneiden ich habe denen die chance gelassen extra eine millisekunde später reingesucht als ich müsste ein hitmarker hitmarker das war mit absicht aber gut packen wir hier mal ein dingster da rein vielleicht kriegen wir einfach kills und unseres hat kommen weil die eh keiner weg holen kann wegen unserem kleinen kumpel da so will hier noch jemand sterben hier will noch jemand sterben was du kein ding alter sagt das doch gleich ich kann jedem den gefallen tun was was du wirst oh geil alter hey stirbt doch wenn ich dir das sage geht doch alter mann 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 wie sie ihn ja heutzutage immer dasselbe mit den gegnern oh fühlt sich das gut an alter das ist besser als nur das nur so eine scheiß ah da guck mal huuuu tut mir leid das tut mir so leid das tut mir so leid alter da kommt er hoch lass uns mal sehen wie er von meiner esmine aufgegessen wird ok der läuft hier lang so den haben wir auch geholt oh der läuft da lang hey warte lauf nicht weg kleiner mann lauf nicht weg hey 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 naaa aber wenigstens habe ich einen mit meinen links da weg geholt ich weiß ich weiß ich habe einen Hubstaubar alles gut leute der chillt hier der camp nicht der chillt nur ist klar und meine oma hat einen Bart what the fuck was rede ich da eigentlich die hat doch kein Bart die hat nur ein Flownbart was ist es dasselbe Bart ist Bart nein ist es nicht oh der war schnell der ist schnell alter der ist ein schneller er ist einer der schnellsten er ist der Blitz er ist der Blitz der Blitz ganz easy locker flockig und letzten kill machen wir mit dem Heinz ich suche nach Gegnern gerade hier auf wie jetzt ihr guckt mir dazu und könnt gar nicht socken das wäre ein Collateral gewesen das wäre definitiv ein Collateral gewesen ich bedanke mich für seine Schauen lassen jetzt ein da ich klicke jetzt den Daumen nach oben wenn du mehr davon sehen willst und dir das Video gefallen hat und das wäre definitiv ein Collateral gewesen stimmt mir da nicht zu ähm auf jeden Fall bedanke ich mich für das Du einmal schauen wie findet ihr die Stipe an dem Spiel findet ihr sie gut findet ihr sie schlecht findet ihr sie mittelmäßig schreibt es mir in die Kommentare dann sage ich nur noch 3 2 1 2 2 3 4 5 5 5 6 10 10